Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich ein Problem mit meinem Kater Five. Da ich so gut wie jeden Tag vorm PC hocke und ich irgendwie das Gefühl habe, dass es meinen Kater ein bisschen stört, habe ich eine Lösung für dieses Problem gesucht. Und ich habe auch eine Lösung gefunden. Und zwar habe ich meiner Katze einen ganz eigenen Computer bestellt. Nachdem das Paket ordentlich auseinandergenommen wurde und genauestens untersucht worden ist, hatten wir ihn endlich in den Händen einen eigenen Laptop für Five. Paket nochmal untersucht und endlich ausgepackt, dann noch ein bisschen zusammengebaut und schon konnte es auch losgehen. Ein bisschen schmackhaft für die Katze gemacht und überraschenderweise fand er es auch ganz okay. Und noch ein bisschen mehr interessant gemacht und ich glaube, er mag es. Vielleicht mal gucken.